Hallo, in diesem Video erstellen wir die App Photobuzzle. Die App besteht aus einem 3x3 Grid von Buttons, welche beliebig mit anderen Buttons ausgestauscht werden können. Die Buttons können über eine klassische Drag & Drop Geste bewegt werden. Im Detail werden wir uns mit folgenden Themen auseinandersetzen. Wir werden mit Hilfe des Constraint Layouts das 3x3 Grid von quadratischen Buttons erstellen. Wir werden das Touch Event nutzen, um unterschiedliche Actions, wie zum Beispiel die Action Move, spezifisch zu behandeln. Wir werden unterschiedliche Koordinaten der Views und Touchgesten kennenlernen und letztlich werden wir uns noch mit Animationen der Buttons auseinandersetzen. Wir beginnen unser Projekt mit der Erstellung des Layouts. Dazu wechseln wir ins Layout. Dort finden wir unser initiales Layout mit einer zentrierten Hello World Text View, welche wir löschen. Wir benötigen 9 Buttons angeordnet in einem 3x3 Grid. Diese 9 Buttons erstellen wir uns und ordnen ungefähr so an, wie sie später im Grid erscheinen sollen. Um quasi bei 0 starten zu können, wollen wir den Button Clear All Constraints anklicken, um alle bestehenden Constraints im Layout zu eliminieren. Wenn wir das Grid erstellen wollen und alle Buttons gleichmäßig anordnen wollen, müssen wir sogenannte Chains erstellen. Dazu wählen wir 3 Buttons, welche eine horizontale Chains bilden. Klicke mit der rechten Maustaste auf Chains und sagen Create Vertical Chain. Das heißt eine Chain, die von oben nach unten zusammenhängend geordnet ist. Diesen Schritt wählen wir nun für alle vertikalen Anordnungen aus. Das, was wir für die vertikalen Anordnungen aus. Chains gemacht haben, machen wir nun auch für die horizontalen Chains. Bevor wir diesen Schritt machen, wollen wir aber die Anordnung der vertikalen Chain verändern, sodass die Buttons zusammenhängend sind. Nun verändern wir die horizontale Ausrichtung der Chain. Dazu selektieren wir eine Zeile im Grid, in unserem gewünschten Grid der Buttons und machen eine horizontale Chain draus. Den selben Schritt führen wir auch für die anderen zwei übrigen Zeilen durch. Auch hier verändern wir pro Chain die Anordnung, sodass die Buttons auch horizontal zusammengesetzt sind. Nun haben wir schon unser grundsätzliches Grid. Im nächsten Schritt wollen wir nun die Buttons quadratisch machen und die Größe maximieren. Dazu wählen wir einen beliebigen Button aus und wollen die Layout Width nach Match Constraint setzen und über dieses versteckte Dreieck können wir das Verhältnis zwischen Breite und Höhe anwählen. Um einen quadratischen Button zu erstellen, wählen wir hier ein 1 zu 1 Verhältnis aus. Nachdem wir das 1 zu 1 Verhältnis ausgewählt haben, wollen wir auch für die Höhe Match Constraint angeben und der Button verändert sich in der Größe nach maximalen Wachstum. Dasselbe machen wir jetzt nun für alle Buttons und damit würden wir dann ein Grid erstellen, das eben gleichmäßig in der Größe verteilt ist. Also im ersten Schritt immer Match Constraints in der Breite, danach das Ratio, das Verhältnis quasi, zwischen Höhe und Breite auf 1 zu 1 setzen und dann in der Höhe ebenfalls das Constraint wieder setzen. und dann in der Höhe und Breite auf 1 zu 1. Nun wollen wir noch am Parent Layout ein Bedding setzen von 16 dB, damit auch am Rand etwas Platz aufkommt. Nun sind die Buttons etwas schöner zentriert. Im nächsten Schritt wollen wir noch den Text innerhalb jedes Buttons verändern und ebenfalls die ID in eine durchlaufende Nummerierung verändern. Dazu wählen wir den ersten Button. Dort haben wir bereits Button 1 als ID. Der Text jedoch soll nicht in Button lauten, sondern 1. Dasselbe führen wir nun auch für den zweiten Button durch. Wir verändern die ID in Button 2 und den Text ebenfalls in 2. Diesen Schritt führen wir nun für alle Buttons durch. Vielen Dank. Also Antworten wir noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Es sieht passend aus und wir wollen nun mit der Implementierung der entsprechenden Funktionen beginnen. Wir starten mit einem Wechsel in die Activity. Dort erstellen wir uns im ersten Schritt ein Button Array, in dem wir alle Buttons, die wir gerade im Grid erstellt haben, hinterlegen. Das Array soll die Länge 9 haben, da wir 9 Buttons haben. Im nächsten Schritt wollen wir auch gleich alle Buttons, die im Layout existieren, innerhalb dieses Arrays bereitstellen. Dazu nutzen wir wie gewohnt die Funktion FindViewById und wählen über die entsprechenden IDs, die wir im Layout erstellt haben, die entsprechenden Buttons aus. Der Button am Index 0 soll der Button mit der ID 1 sein. Für alle weiteren Buttons gehen wir analog vor und machen diesen Schritt identisch. Der Button an der Stelle 1 mit dem Index 1 soll der Button mit der ID 2 sein. Dr. AngelaPN Bismarck 1 3 4 5 2 Vielen Dank. 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 ... 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 Und das RAW-Y-Event hat quasi auch noch die Höhe der Action-Bar integriert. Deshalb müssen wir diese Werte zuerst herausrechnen, damit wir hier ein korrektes Motion-Event haben. Dazu legen wir uns vier Konstanten an, welche vom Typ Float sind, da die X- und Y-Koordinaten jeweils Float sind. Am besten, wir legen uns diese ebenfalls hier oben, wo wir unsere ganzen globalen Parameter haben, an. Das heißt, wir machen uns ein Float, wo wir einerseits das initiale X und das initiale Y von der View hinterlegen und einerseits einen Delta-Wert, der quasi genau diesen Abstand, den das RAW-X bzw. RAW-Y ausmerzen muss, damit quasi diese relative Position des Fingers zur View-Bewegung herausgerechnet wird. Diese nennen wir Delta-X und Delta-Y. Diese Werte wollen wir am Action-Down-Event setzen. Und für die gesamte Dauer dieses On-Touch-Events bleiben diese Werte gleich. Die initial X-Wert, also der initial X-Wert ist genau quasi die X-Koordinate der View zu Beginn des Motion-Events. Und das initial Y ist genau der Y-Wert quasi des Views. Wir brauchen jetzt aber noch diesen Delta-Wert und den rechnen wir uns folgendermaßen aus, dass wir sagen, okay, wir verwenden den get RAW-X vom Motion-Event und substrahieren davon das initial X und dasselbe auch für das Delta-Y, wo wir sagen, wir nehmen das get RAW-Y und ziehen davon das initial Y ab. Mit diesen Werten können wir nun die RAW-X und RAW-Y während der Laufzeit verringern und schaffen damit diese genaue Positionierung der View über dem Finger oder unter dem Finger. Dies schauen wir uns natürlich wieder am Emulator an, um die Lösung auch zu prüfen. Wenn wir also jetzt den Button mit dem Touch-Event starten, oder die Bewegung starten, bleibt dieser Button immer am Finger quasi liegen. Das funktioniert auch mit den anderen Buttons. Wenn das Motion-Event abgeschlossen wird, durch die Action-Up, quasi wenn der Finger den Bildschirm verlässt, soll vorerst die View wieder an die initiale Position zurückgerückt werden. Dazu wollen wir auch eine kleine Animation nutzen. Es gibt dazu die Methode Animate auf der View, die einen Object-Animator erzeugt, den wir hier konfigurieren können. Das heißt, wir sagen, der X-Wert soll wieder auf initial X, ebenfalls der Y-Wert soll wieder auf initial Y. Wir sagen auch, der Z-Wert, den wir noch nicht im Detail behandelt haben, soll auf den Wert 1. Wir wollen nämlich initial noch in der Action-Down den Z-Wert erhöhen, sodass der Button, der gerade in Bewegung ist, immer an oberster Stelle ist. Das machen wir gleich. Also hier an der View wollen wir den Button, der quasi gerade animiert wird, zum Beispiel als Z einen Wert 100 geben, sodass er immer der oberste Buttons ist. Die Animation soll 500 Millisekunden dauern und entsprechend gestartet werden. Dies wollen wir uns natürlich wieder am Emulator ansehen. Das heißt, wir sehen einerseits die Auswirkung des Z-Index, dass der Button quasi immer deutlich über den anderen Buttons liegt. Wenn wir nun quasi den Button wieder loslassen, springt er wieder auf seine initiale Position zurück. Nun wollen wir jedoch, dass wenn es zu einer sogenannten Kollision kommt, das heißt, unser View, welches gerade quasi im Motion Event bewegt wird, über eine andere View drüber navigiert wird, soll diese untere View quasi einerseits einen roten Hintergrund bekommen und andererseits soll beim Loslassen des bewegten View ein Austausch stattfinden. Sozusagen, dass das View, über das wir navigieren, soll mit dem View, das wir quasi bewegen, ausgetauscht werden. Dazu müssen wir die sogenannte Kollision erörtern, quasi ob es zu so einer Kollision kommt. Das müssen wir quasi bei jeder Bewegung tun. Dazu machen wir uns eine Schleife durch alle Buttons, die wir in unserem Array hinterlegt haben. und wir wollen schauen, ob eben so eine Kollision stattfindet mit der View, die wir gerade bewegen. Dazu wollen wir uns eine eigene Methode machen, welche wir Detect Collision nennen. Diese Methode haben wir noch nicht implementiert. Diese Methode wollen wir einerseits den Button übergeben, über den wir navigieren. Dann wollen wir die aktuelle Position unseres Fingers ebenfalls übergeben, als X- bzw. als Y-Koordinate. Und dabei müssen wir aber aufpassen, dass wir quasi die X- und Y-Koordinaten unseres Fingers nicht vom Raw-Wert berechnen wollen, sondern vom relativen Wert innerhalb quasi des Parents, wo diese Views liegen. Dazu müssen wir einerseits die X- und Y-Koordinaten der View mit der relativen Position des Fingers innerhalb der View addieren, welche wir quasi über das Event GetX bekommen und dasselbe ebenfalls für die Y-Koordinate. Da schauen wir jetzt gleich, wie wir diese Detect Collision implementieren. Falls eben diese Collision stattfindet, wollen wir genau von diesem Button, über dem quasi unsere View zum Liegen kommt, die Hintergrundfarbe in Rot verändern. Im anderen Fall wollen wir die Hintergrundfarbe Grau belassen, bzw. wieder Grau setzen, falls es bereits zu einer Änderung in Rot gekommen ist, aber eben nur, und diese Änderung aber wieder beendet wurde. Also die View liegt nicht mehr über den Button, sondern ist bereits wegbewegt. Dann ändern wir quasi die Farbe wieder auf Grau zurück. So, nun wollen wir uns die Details dieser Detect Collision anschauen, die wir auch innerhalb der Activity implementieren wollen. Wir wechseln dazu ans Ende unserer Activity und fügen dort die Detect Collision-Methode hinzu. Die Methode ist Public, hat einen Rückgabewert vom Typ Boolean und der Name ist Detect Collision. Als Übergabe-Parameter haben wir einerseits den Button, über den wir quasi navigieren, und die X- und Y-Koordinaten unseres Fingers, der quasi das Touch-Event durchführt. Nun müssen wir bewerkstelligen, dass wir einen Mechanismus entwickeln, der erkennt, ob die X- und Y-Koordinaten unseres Fingers innerhalb der Grenzen des Buttons liegt. Dazu können wir das sogenannte Hit-Rackt nutzen. Jeder Button ist rechteckig und hat ein sogenanntes Hit-Rackt, welches quasi den gesamten Bereich widerspiegelt, in dem sich der Button befindet. Dazu erzeugen wir uns ein Objekt mit dem Namen Hit-Rackt vom Typ Rackt. Und dieses Hit-Rackt wollen wir mit dem Hit-Rackt des Buttons befüllen. Dazu sagen wir Button Get-Hit-Rackt und fügen das entsprechende Rackt hinzu. Damit ist das Hit-Rackt mit den Koordinaten des Buttons gefüllt. Das heißt, das Hit-Rackt hat vier zentrale Parameter, den rechten Rand, den linken Rand, den unteren Rand und den oberen Rand. Nun müssen wir prüfen, ob die X- und Y-Koordinaten unseres Fingers innerhalb dieses Rechtecks liegen. Und das wollen wir in eine Bullshit-Operation zusammenhängen, sodass letztlich True oder False herauskommt. Beginnen wir mit den X-Werten. Das heißt, wir fragen ab, ob der linke Rand des Buttons kleiner gleich unserer Finger-X-Koordinate ist und der rechte Rand des Rechtecks größer gleich unseres X ist. Das würde bedeuten, dass das X innerhalb dieses linken und rechten Rand liegen würde. Zusätzlich wollen wir noch die Y-Koordinate prüfen. Dazu sagen wir analog, ob das obere Ende des Rechtecks kleiner gleich ist unserem Y und der untere Rand unseres Heat-Tracks größer gleich unseres Y ist. Wenn dies der Fall ist, liegt der Finger innerhalb unseres Rechtecks und diese Detect-Collision würde True zurückgeben, anderenfalls eben False. Nun wollen wir noch ausschließen, dass der Button, über den wir quasi navigieren sollen, identisch ist mit dem Button, den wir quasi bewegen, weil in diesem Array natürlich alle Buttons drin sind, auch den wir quasi gerade bewegen. zur besseren Lesbarkeit können wir das auch auf zwei Zeilen aufteilen und nun schauen wir uns das Ganze natürlich wieder im Emulator an. Sobald wir also mit unserem Finger in einen anderen Button während des Motion Events hineinfahren, wird dieser quasi rot gefärbt. Wir sehen jedoch, dass zum Ende des Motion Events dieser noch rot bleibt. Dazu verändern wir einfach die Hintergrundfarbe aller Buttons auf Grau, nachdem quasi das Motion Event beziehungsweise das Dutch Event beendet ist. Wir iterieren einfach durch unsere Buttonliste und setzen alle Hintergrundfarben auf Grau. Nun soll jedoch noch bei einer Collision die View mit der View ausgetauscht werden, mit der sie eben kollidiert ist, dieser quasi Tausch der beiden Buttons. Dazu legen wir uns eine globale Button-Variable an, die wir Collision nennen und eben genau den Button repräsentiert, der quasi mit unserem Finger kollidiert. die Feststellung, ob es zu einer Kollision kommt, findet genau in dieser Methode statt. Das heißt, hier an dieser Stelle können wir den Button B als denselben Button setzen, der eben kollidiert. Wir müssen jedoch vor jedem, bei jedem Bewegungsevent diesen Collision Button auf Null setzen. Es kann ja natürlich sein, dass ein Button oder eine Bewegung außerhalb des Button Arrays beziehungsweise des Button Grids durchgeführt wird und dort gibt es natürlich keine Kollisionen. Nun geht es darum, wenn die Kollision nicht Null ist, das heißt, wenn eine Kollision stattgefunden hat, als letztes Motion Event bevor der Finger quasi vom Display genommen wurde, soll eine Veränderung, ein Austausch stattfinden, das heißt, die View soll an die Position, wo die Kollision liegt und die Kollision soll an die Ausgangsposition der View zurück. Im anderen Fall, wenn es zu keiner Kollision kommt, soll eben diese View wieder an ihre Ursprungsstelle zurück, genau diese Animation, die wir schon dort vorgefunden haben. Wir können einfach diese Animation, die wir bereits durchgeführt haben, an diese Stelle kopieren. Hier müssen wir jetzt jedoch ein paar Veränderungen durchführen. Das heißt, die View Animation soll an die X- bzw. Y-Koordinaten der Kollision wandern. Das heißt, hier setzen wir die Collision X- und Collision Y-Koordinaten zusätzlich soll die Kollision an die initiale X- und Y-Koordinate der View wandern. Da diese Collision keinen Z-Wert gesetzt hat, wollen wir hier auch einen Z-Wert setzen. Dieser soll aber unter dem Wert der View liegen. Wir setzen den mit 50. Abschließend soll natürlich noch im Emulator getestet werden, damit wir sicher sein können, dass all unsere Änderungen zum korrekten Ergebnis führen. Wir sehen, die Animationen finden korrekt statt und die entsprechenden Buttons werden ausgetauscht wie gewünscht. Wie gewünscht.